Musik 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 Das war's, aber das war's, was wir uns zu starten. Das war's, was wir uns zu beinvited haben. Ich war einer der Leute, die uns zu beinvited haben. Und da, mit der Prinzipien, wir waren da. Wir waren da, dass wir da, weil wir eine der besten Schulen sind. Wir waren alle sehr froh, weil wir nie tun können, dass wir die besten sind. Dann, nach 20 Jahren, wir verletzten uns. Wir waren nach Hause, um zu schauen, ob wir sind oder nicht, aber wir waren in der Zeit, und wir waren ein Teil von uns. Wir haben das in Karabelo, wo wir mit den Principen waren. Wir waren für uns, und wir waren für den Launch, und der Launch war bei Madewak, in der Community School. Jetzt ist es ein Launch, aber bevor wir starten Launchen, war ich Ansa. Und dann, wir wollten das erste Launch machen. Und dann, wir haben die Prinzipien und andere Business Leaders. Und dann, wir wurden verletzt, weil wir demoralisiert als Prinzipien. Aber jetzt ist es ein Vehikel, das wird uns weiterentwickelt. Es ist durch diesen Vehikel, dass ich mich für vier bis sechs Jahre lang vor dem ich bin. Ich bin ein Vehikel, aber bevor ich diese Vehikel habe, ich bin ein Vehikel. Aber das ist mir ein Vehikel. Jetzt, mein Personal Growth in PSP, war durch die Workshops, die wir gemacht haben. Durch die COPs, die Diaries und die Triaries. Was ich gelernt habe, weil ich eine von den Leuten, die ich nicht traurig bin, aber wenn es um Arbeit geht, ich bin sehr traurig. So, ich gelernt zu listen, ohne Interrupte. Das, ich gelernt habe, nach einem Workshop auf Zeit zu Think. Now, some of the ingredients of time to Think are attention, ambition, ambition and equality. And then I have to break the set. And in order to break the set, I delegated the meetings to my faculty, where I will sit and listen, and it will be come up when it is necessary to answer clarity questions from educators. The second thing that I think made an important role in my group is the workshop called Floorless Consulting, where I learned a consulting skills like contracting. The purpose is to ensure that, at the end of the day, growth and change takes place at the institution. The other one that played a role in my personal growth is the workshop on building the community, where the SDGs were involved, and where I will learn about sharing our gifts. Now, I have already explained about how we make this answer, and how we met with other school principals and business leaders. And when we made this answer, we made action moments for our school, and every time we met, we reviewed our action plan. And with the principals and other business leaders, what we learned from one another, we learned across meetings, where we shared our experiences. And we also learned from Elyse, at the last meeting. It is in this meeting, where Elyse challenged us to think critically, that ended, to come from our heart. Now, our work, with ANSA. ANSA visited my schools, when we came to our school assemblies, different assemblies, I have three assemblies and schools. She was part of those. She attended all national celebrations, that we did at school. Now, the most important thing, that she did, are the workshops. Some of the workshops, that she did with us, are discipline, a traumatiser, and I also invited her to, one of the departmental programs, where we did some few schools, in the program called VV Home Week. And, those made a change, an impact for our lives. Now, our challenge, was the messier. But, the impacts, that were brought, by, a PFP, it improved, it improved, it improved, it improved, it improved, it improved, school results. In conclusion, thank you, PFP, thank you, thank you, thank you, thank you, for the sponsors, thank you, the business leaders, and the principals. Thank you, my colleagues, at my quarter, and also, the school W. Body. The answer, we'll just, add, on the way that you did, and you show us the slide. I don't think, I've got much to add, to that, but what I, what I would like to share with you, Ich war in der Zeit, ich war in einer Sparta-Konferenz und die Frage war, was Future Fit. Die Frage war, was Future Fit. Und es hat mich herausgefunden, als ich für das gedacht habe, dass es so applicable zu tun, was wir mit BFB und in unseren eigenen Unternehmen oder Unternehmen. Wir haben alle neue Unternehmen. Wir haben alle neue Unternehmen. Wir haben alle neue Unternehmen. Wir haben auch alle neue Unternehmen. Wir haben auch alle neue Unternehmen. Es gibt so viel Erfahrung, alle uns hier sitzen. Aber es ist eine große Herausforderung für die nächsten Jahre. Für uns zu erreichen, 2030. Successfully. Wir haben das Wichtigste und das Erfahrung in einer Creative-Way. Okay, so wenn wir die Leute in einer Creative-Way, dann können wir uns. Und danke sehr, BFB und alle Menschen, die ich mit. Und ich würde mich, gegen die Leute anziehen, wirklich eine KON Despensen anziehen. Und ich würde mich, gegen die Leute anziehen. Ja, danke sehr, BFB und ich würde mich sehr gut hier machen. Vielen Dank.